Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 26.03.2022. Ich bin natürlich soweit gespannt, was da aus der Wildnis so abgeht und würde sagen, dass wir uns das Ganze einfach mal direkt anschauen und in den Item-Shop rein switchen. Let's do the go, meine Freunde. Was haben wir hier heute am Start? Fangen wir doch mal erst hier... Oh, Kyra hat auf jeden Fall... Okay, okay. Oh, Cobra Kai ist auch am Start. Kyra mit neuen Stil jetzt tatsächlich wieder zurück im Shop. Shop sieht nicht schlecht aus, sag ich euch, wie es ist. Ansonsten fangen wir im täglichen Bereich an und arbeiten uns weiter. Wir haben hier mehrere Emotes. Fangen wir erstmal hier mit diesem Wellengang-Emote an. Ist nach 41 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir hier oben Jitterbug. Nach 52 Tagen am Start. Nach 37 Tagen haben wir hier Komm schon zurück. Nach 43 Tagen haben wir hier Todestal. Ja, ist jetzt nicht so. War aber davor 1500 Tage nicht da gewesen, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Dann haben wir die Einsatzleiterin. Die ist nach 47 Tagen wieder zurück. Und dann geht es nochmal hier ganz nach links zum Scherpenfeldwebel. Der ist nach 29 Tagen wieder da. Dann gehen wir einmal weiter nach oben. Wir haben hier das Metallmasken-Paket. Ist eine Geschmackssache, aber ich muss sagen, ist nach 40 Tagen wieder zurückgekehrt. Ist jetzt nicht so selten, aber nimmt man, denke ich mal, auch mit, ne? Sollte sich rentieren. Dann haben wir hier nochmal einmal die Athletische Assassinen. Ist ein Skin für sich. Pompon-Prügler sind auch mit dabei. Ist nach 29 Tagen wieder in den Shop gekehrt. Dann geht es einmal weiter hier nach oben. Und zwar Elite-Eindringling. Dieser Skin ist nach 36 Tagen wieder am Start. Dann haben wir hier Kyra-Paket. Inklusive, wie gesagt, der neuen Version von ihr. Sieht meiner Meinung nach viel besser aus als die grüne Version. Habe ich ja schon ein bisschen länger gehabt. Kam nach dem Valentin-Zachs-Update rein. Nimmt man natürlich gerne mit. Ich persönlich feiere das. Dann haben wir hier oben aber das komplette Cobra Kai-Paket zurück. Ich sag mal so, Freunde, das Cobra Kai-Paket war zuletzt vor 76 Tagen drin gewesen. Deswegen muss jeder selber für sich entscheiden, ob er da Bock drauf hat oder nicht. Ich persönlich finde, dass es auf jeden Fall ganz nice Skins sind eigentlich. Nimmt man mit. Beschwert man sich nicht drüber, ne? Dann hat man natürlich nochmal die Emozie am Start. Rückenaccessoire, Rückenaccessoire, Spitzhacke und Spitzhacke. Soviel dann aber auch schon eigentlich dazu, meine Freunde. Ich hoffe natürlich, dass es euch soweit hier gefallen hat. Ich würde mich dann verabschieden und würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren. Der Glock zeigt sich nicht mehr. Aber raus, haut rein. Geht mit mir. Euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal.